So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe ein Thema für euch vorbereitet, das ist mir gestern so über den Weg gelaufen und es hat mich schon wieder tierisch aufgeregt. Eigentlich wäre es eine Folge Ramses Hateblog wert gewesen, aber es hat ja den konkreten Pokémon-Bezug sozusagen. Ich bin hier nämlich gerade am Exportieren von meinem Video, was ich heute am Sonntag raushauen wollte, vielleicht mache ich das hier dann noch danach, ich weiß es noch nicht, aber wir schieben das mal weg und gucken mal, was andere sagen. Was sehr beliebt ist bei mir auf dem Kanal, sind ja immer die 7-Tage-7-Stops-Folgen. Die einen kennen das, die anderen kennen das vielleicht noch nicht, die neu sind, 7-Tage-7-Stops heißt, dass ich immer durch die Gegend gehe und Pokestops vor Ort einreiche. Und natürlich immer Tipps gebe, zeige, worauf es ankommt, was man beachten muss, wie man am besten das Foto macht, was am besten in die Beschreibung reinkommt, welche Zusatzinformationen, wie das Pogestop-Foto und das Umgebungsfoto sein soll, da es eben auch wichtig ist. Manche, die machen zweimal genau dasselbe Foto und dann wird das abgelehnt und sie fragen sich warum. Oder sie machen ein Umgebungsfoto ohne, dass irgendwas drauf ist und fragen sich dann warum. Aber egal, damit könnt ihr euch beschäftigen. Das war natürlich für mich oder ich habe mal für bestimmte Leute, wenn die gesagt haben, kannst du mal bei mir vorbeikommen, da was einreichen, denen konnte man helfen. Man selber hat natürlich dann wieder Material gehabt, um euch das zu zeigen für den Kanal, konnte weiter das alles raushauen. Dann habe ich irgendwann mal ein Video gemacht, Tutorial. So reicht ihr Pogestops von zu Hause ein oder ich für euch. Das sollte nicht heißen, dass ihr euch so zu Hause einen Pogestop einreichen sollt. Es ging nicht um das Zuhause, es ging darum, dass ihr von überall Pogestops einreichen könnt. Kann natürlich nicht jeder. Deswegen habe ich auch dazu geschrieben, oder ich für euch. Da ich ja so ein lieber, guter Mensch bin, habe ich gedacht, diejenigen, die wirklich nicht Level 40 sind, die gar keine Möglichkeit haben, großartig zu spielen, weil bei denen wirklich gar nichts ist, habe ich das angeboten. Deswegen, ich reiche für euch auch Pogestops ein, völlig kostenlos, ohne Gegenleistung. Ihr habt mir daraufhin öfters geschrieben, ihr habt mir Sachen geschickt, privat, ihr habt mir Bilder geschickt, ihr habt mir Standorte geschickt, ihr habt mir alles mögliche geschickt. Und ich habe dann immer gesagt, was gut ist, was nicht gut ist, was Schrott ist, habe ich gar nicht erst versucht. Habe gleich gesagt, such was Besseres. Es gab wirklich Leute, die haben einfach nur einen Baum fotografiert. Was will man damit? Dann gab es Leute, die haben eine Wiese fotografiert und gesagt, ich dachte, das reicht. Dann gab es Leute, die haben ihren verschissenen Gattenzwerg fotografiert, im Garten, direkt an der Hauswand, abgezäunt, alles, ohne Umgebungsfoto. Die haben halt die Regeln nicht verstanden. Ich meine, ich habe es in den 7-Tages-7-Stops-Folgen so gut und ausführlich jedes Mal erklärt, worauf es ankommt. Ich habe bei dem Tutorial nochmal gezeigt, was ich eingereicht habe, wie ich eingereicht habe, wie das vonstatten geht und was ich dazu brauche. Das Stop-Bild, das Umgebungsbild und den Standort. Trotzdem kommen immer Leute an, schicken mir ein Bild von einem Stromkasten, von einem grauen Stromkasten und sagen, reicht das? Dankeschön, schau mal, bitte eine Arena. Da frage ich mich immer, was geht in den Leuten vor? Aber, nicht nur was geht in den Leuten vor, denn es geht noch viel schlimmer und das musste ich gestern erfahren. Da wurde ich nämlich angeschrieben auf Facebook vom Herrn Stefan Bleck. Das ist sicherlich nicht sein richtiger Name. Wenn doch, ist es mir auch egal. Der Herr Stefan Bleck mit seinem schönen Fluch der Karibik. Drecksbild. Hat natürlich geschrieben, ganz freundlich, wie er natürlich drauf ist. Hey, könntest du mir einen Pokestop einreichen? Wohne er in einem Dorf und hier gibt es nichts. XD? Man muss ja erstmal total übertrieben lachen und sich freuen. So beginnen die meisten Nachrichten eigentlich. Leute kommen und fragen, übertrieben, reicht was ein? Ich habe nichts. Habe ich ihn gefragt, ob er schon mal Sinn Aussicht hat, weil normal wäre es sinnvoll, ich habe immer so wenig Zeit, wenn man mich schon anschreibt, dass man gleich Bilder mitschickt, einen Standort mitschickt und fragt, ob ich das bitte einreichen kann, weil sie vielleicht nichts haben, sie müssen nicht mal eine Begründung. Begründung sagen, sie können mir auch einfach was schicken, keine Ahnung. Ich frage ihn, ob er was in Aussicht hat, ob es wirklich was bei ihm gibt. So. Oder ob er was hat, was ich einreichen soll. Viele sagen dann, gut, sie haben da einen Brunnen, sie haben da eine Kirche im Dorf. Ich meine, er wohnt in einem Dorf, hier gibt es nichts, sagt er. Jedes Dorf hat mindestens eine Willkommenstafel oder einen Spielplatz oder einen Sportplatz oder einen Brunnen oder irgendein Denkmal, eine Kirche. Es gibt so viele Möglichkeiten. Er sagt einfach, hier gibt es nichts. Das heißt, ihm stehen alle Türen offen, mir was zu geben, was ich einreichen kann. Ich frage, ob er was in Aussicht hat. Hallo, ja, bei mir zu Hause, da ich hier sonst nichts machen kann. Ich wollte nicht wissen, wo er einen Pokestop möchte. Ich wollte wissen, was es bei ihm gibt, was ich für ihn einreichen soll. Hat er nicht verstanden. Alles klar. Er schickt mir also einfach einen Standort. Ein Bild habe ich nicht, da dort jetzt nichts Interessantes ist. Füge einfach was hinzu. Ich wäre dir echt dankbar. Er hat das ganze System nicht verstanden. Er schickt mir einfach den Standort von sich zu Hause. Sagt, da ist nichts, aber ich soll da einfach irgendwas hinmachen. Fertig. Das war nie Sinn und Zweck, dass man einfach irgendwas irgendwo hinmacht. Es soll wirklich, wenn ihr was habt, aber es nicht einreichen könnt, weil ihr noch nicht Level 40 seid, dann reiche ich das für euch ein. Es geht nicht darum, Schindluder zu treiben, Scheiße abzuziehen, sonst was. Aber er schickt einfach seinen Zuhause-Standort und sagt, hier, such dir selbst ein Bild, such dir selbst einen Stopp, denk dir irgendwas aus, mach da mal was hin. Dann ist man noch freundlich. In dem Sinne erklärt es ihm noch. So funktioniert das aber nicht. Du musst mir was schicken, was ich für dich einreichen soll. Ich biete Hilfe an, aber ich reiche keine Fake-Stops ein, die es gar nicht gibt. Und dann kommt er wirklich um die Ecke, dann biete keine Hilfe an, du bobb und blockiert mich direkt. Was für ein ehrenloser Zuschauer. Was für ein ehrenloser, charakterloser, ekelhafter Mensch einfach nur. Ich fand das so widerwärtig, so dreist. Ich habe einen Tipp für ihn. Er kann ja mal auf Ebay gehen. Er kann auf Ebay mal schauen nach Pogestops. Da findet er immer jemanden, der Pogestops einreicht. Egal, ob die gefakt sind oder nicht. Die arbeiten da teilweise mit Photoshop und da finden irgendwas, was gar nicht ist. Da kann er gut und gerne 25 Euro bezahlen, damit er so einen verschissenen Home-Pogestop bei sich zu Hause stehen hat. Wenn es ihm das wert ist, soll er das bitte machen. Dann soll er sein Geld dafür ausgeben, damit er endlich einen Pogestop zu Hause hat. Wenn er es nicht auf normalem Wege probieren möchte, wenn er so darauf versessen ist und so ekelhaft, dann soll er bitte sein Geld dafür ausgeben. Und das ist das nächste Ding. Im Leben kommst du wirklich nur weiter, wenn du ein Arschloch bist, wenn du ekelhaft bist, wenn du dreist bist. Denn ich habe unter diesem Video hier Tutorial, wo ich das erklärt habe. So reicht dir Pogestops von zu Hause ein. Da habe ich das vom Schilling gefunden. Pogestop zu Hause erstellen, so wird man besser bewertet. Wo er auch nur zeigt, wenn was in der Nähe ist, wie man das fotografiert, wie man das beschreibt, wie man den Titel wählt. Dass man besser bewertet wird und die Chance hat, dass das angenommen wird, man dann zu Hause was hat. Aber dann gibt es noch hier den Kollegen Pokémon Boss. Das Kollege nehme ich zurück. Pogestop zu Hause erstellen. Überall ein Pogestop erstellen. Vielleicht sollte sich der Herr Stefan Black mal dieses Video angucken. Denn bei diesem Video habe ich auch schon wieder das blanke Kotzen bekommen. Nicht nur wegen der Musik. Obwohl hauptsächlich wegen der Musik. Denn hört mal kurz die Musik. So ein Schrott. Ich hasse solche eklige Gammelmusik. Aber das ist ja immer wahrscheinlich diese freie Musik von YouTube, die es vorschlägt. Dann verzichte ich bitte ganz auf Musik, bevor da so ein Rotz kommt. Und jetzt das Lustige. Der Kollege hier. Ich bin mir sogar... Man könnte fast denken, der Kollege Pokémon Boss hat nicht ein Video darüber gemacht, dass er sich einen Pokestop bei jemandem gekauft hat. Man könnte wirklich denken, der Kollege Pokémon Boss ist derjenige, der Pokestops verkauft. Und hat in dem Video einfach nur Werbung dafür gemacht, wie Leute sozusagen Pokestops von ihm kaufen können. Tarn das aber hier als, er wollte einen Pokestop zu Hause. Also hat er sich an Ebay gewandt. Hat alle ausgeblendet. Und hat nur diesen einen Nutzer gezeigt, den er empfehlen kann. Der wahrscheinlich er selber ist. Und hat gezeigt, was ihr machen müsst. Und wie genau. Ich meine, er hat das so detailliert gezeigt, was ihr demjenigen schicken müsst. Wie ihr die Koordinaten bekommt, die ihr demjenigen geben könnt. Das ist so richtig Anleitung. Damit er auch ja ganz viel bekommt. Das ist nicht einfach so, er freut sich darüber, dass er jetzt einen Pokestop hat. Sondern er zeigt euch, wie ihr ganz genau Pokestops bestellen könnt. Bei diesem User. Als ob er selbst der User wäre. Und hofft, dass er dadurch durch die Werbung viele Anfragen bekommt. Und alle bei ihm einkaufen. Das ist also auch eine Möglichkeit. Er wollte einen Pokestop haben, ja. Da ist nix. Hässliche Musik. Ein Freund erzählte mir, dass es einen Anbieter gibt, der das hinbekommt. Ahaha. Und immer diese blöden Smilies dazu. Also geht er natürlich auf Ebay. Sucht nach Pokestop. Ich wollte es ausprobieren und hier zeigen. Los, bestellt alle einen Pokestop bei mir. Guckt doch mal diese ganzen seriösen, ach, unseriösen Anbieter. Da ko- Alter. Der kostet 8,99. Viele Anbieter sollen Scams sein. Geh da nicht drauf. Der kostet 8,99. Oh mein Gott, hier. 4,56. Ach du Scheiße. Schnell alles durchstreichen. Wir brauchen natürlich einen. Einen, der seriös ist. Und wer ist seriös? Dieser Anbieter. Der ist gut, ne. Kostet nämlich 26 Euro. Also, gönnt euch doch einfach einen Pokestop von Ebay-Kleitanzeigen für 26 Euro. Jetzt hat er gesagt, der ist voll gut, ne. Du kriegst auch Rabatt, wenn du mehrere kaufst. Gehst hier auf Kaufen rein. Steht natürlich da alles, was du brauchst. Dann zeigt er noch, wie du an die Koordinaten rankommst, ne. Er geht auf Sofortkaufen. Er zeigt, wow. Alle freuen sich. Super Sache. Guck mal, alles vom selben Tag. 16.9. 16.9. 16.9. 16.9. 16.9. Also, er soll hilfreich sein, wenn es Probleme gibt. Er ist natürlich arschfreundlich. Natürlich, kauft er, kriegt eine Nachricht. Dann heißt es erstmal, Bruder, gib mir Bild, gib mir Koordinaten, ne. Das ist alles so ähnlich wie bei mir, wie ich es auch mache. Wenn jemand fragt, reichst du noch Stopps ein? Und ich sage ja. Dann sollt ihr mir die Koordinaten schicken, wo der Standpunkt ist, von diesem Pokestop, wo der existiert. Und ihr sollt mir Bilder schicken, dass ich den für euch einreichen kann. Sprich, derjenige, der das verkauft, müsste ja ein Spoofer sein. Der einfach sich dahin teleportiert und das einreicht. Das ist keine große Kunst. Er zeigt sogar, wie man an die Koordinaten kommt. Er geht nämlich hier drauf. Genau, wunderbar. Drückt da seinen Standpunkt an. Dann hat er oben die Koordinaten drin. Kann die in die Zwischenablage kopieren. Jetzt hat er es schnell unscharf gemacht, dass wir sie nicht sehen. Hat dem anderen das geschickt. Bild ist natürlich dabei. Alles klar, alles super. Jetzt muss er seine Adresse und alles noch unkenntlich machen. Er freut sich auf jeden Fall wie ein Schnitzel. Der andere sagt, dass er noch was verändert. Er wird noch per Photoshop was an dem Bild ändern. Denn er hat einfach nur einen hässlichen Stromkasten eingereicht. Ohne irgendwas. Und der Kollege mit Photoshop hat daraus einfach einen Donald Duck Stromkasten gemacht. Die Sachen sind ja alle da. Und schon... Ich habe einen Pokestop zu Hause. Ihhihihi. Und wie er sich vorher noch gefreut hat, er reicht auch Pokestops eigentlich gar nicht existieren. Und hat sich da... Ach genau, hier. Dieses. Die erste Antwort. Mein Bild reicht nicht. Er hilft mit Photoshop aus. Ahahaha. Sie reichen also wirklich Fake-Stops ein. Für alles und jeden. Nehmen dafür noch Geld. 26 Euro. Für einen Pokestop. Äh... Die Leute freuen sich. Die Leute sind zufrieden. Ich habe einen Pokestop zu Hause. Endlich kann ich Pokémon vom Sofa aus fangen. Ja, ich muss nicht mehr raus, mein fetten Arsch. Gut, er freut sich. Und weil er so happy ist, and you know it, muss er natürlich gleich einen Schmerbe fangen. Ich habe mir das Video vorhin nämlich schon angeguckt. Wo ist das? Drecks Schmerbe? Schmerbe! Ich glaube, er hat das Schmerbe schon gefangen. Alles klar. Unglaublich. Ich freue mich so sehr, dass ich erst mal einen Schmerbe fangen muss. Guck hin. Ah! Ich treffe dich in den Kreis, weil ich mich so sehr freue. Dann macht er diese dreckige Werbung und ich denke mir so, warum bin ich so gut? So nett? So freundlich? Warum mache ich es nicht auch so? Warum reiche ich kostenlos für Zuschauer? Für nicht mal Zuschauer? Die meisten sind ja nicht mal Abonnenten. Die meisten kommen und sagen, ey, ich habe dein Video da gesehen. Hier, reich mal ein. Und dann pöbeln die einen doch an. Dann nerven die einen die ganze Zeit. Dann drehen die durch. Dann warten die nicht ab. Ich tue mir den Stress an. Ich helfe euch. Und ich habe nichts davon. Im Endeffekt. Könnte man so sagen. Irgendwelche Affen im Internet faken da rum. Manipulieren das ganze Spiel komplett. Ich meine, für mich war es Ehrensache, wenn wirklich da was da ist, was es lohnt eingereicht zu werden, dann reiche ich das für euch ein, wenn ihr nicht die Möglichkeit dafür habt. Ich habe nie gewollt, dass irgendwelche Fakes gebastelt werden. Das fand ich hier vom Schickeria schon richtig ekelhaft, dass der einfach jedes Mal, egal wo er gerade gewohnt hat, ob es jetzt da oben war oder jetzt da unten oder sonst wo, permanent neue Stops entstanden sind, die es überhaupt gar nicht gibt. Die er sich aus der Nase gezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, überall irgendeinen Scheiß hinpflanzt, nur damit er zu Hause sitzen kann und kann abends seine Module anmachen die ganze Nacht. Es sind Sachen, die gibt es wirklich, aber die sind nicht an dem Standpunkt, wo es die wirklich gibt. Weil er fotografiert die und setzt sie einfach zu sich nach Hause hin und es wird auch durchgewunken und es ist scheißegal. Sowas fand ich schon immer richtig ekelhaft. Mein Homespot, der ist real, den gibt es hier wirklich, der ist direkt vorm Haus, das sind Stolpersteine. Dann ist das halt so, wenn man da nichts hat, da hat man da eben nichts. Man kann ein paar Sachen mal ein Stück nach links, rechts, oben, unten verschieben, dass sie sich nicht mit den anderen in der Zelle kreuzen und überhaupt ins Spiel kommen. Aber komplett alles zu faken, finde ich richtig widerlich. Warum bitte mache ich es jetzt also nicht auch so, dass ich sage, ich reiche für euch Pogestops ein? Pro Pogestop, den ich für euch einreiche, möchte ich 20 Euro. Hey, ist billiger als der Typ im Internet, der nimmt 26 Euro. Selbst wenn ich sage 15 Euro pro Pogestop, wo sich jeder an den Kopf greifen würde. Aber ich habe selbst die Kommentare unten drunter gesehen. Alle wollen wissen, wer ist der Typ, ich will das auch, ich bin gerade pleite, wenn ich Geld habe, mache ich das auch, hin und her. Soll man wirklich seine Seele verkaufen? Dann ist es scheißegal, wenn dieser komische Stefan Black anfragt und sagt, hier ist mein Standpunkt, reicht da mal was ein. Dann brauche ich mich nicht ärgern. Dann bin ich froh, ich habe einen Kunden. Ich sage, okay, schicke mir 15 Euro auf Paypal und dann bastel ich dir da was hin. Und er, so dreist wie er ist, sieht, dass ich auch dreist bin. Dann willkommen im Club, wir sind beide dreist und nichts wert, menschlich gesehen. Also, gibt er mir Geld, ich gebe ihm einen Stopp. Ich habe keinen Grund, mich aufzuregen. Ich werde nicht angegangen, ich werde nicht beleidigt, ich werde nicht, keine Ahnung. Ja, habe ich was davon, oder? Bin ich dann noch ich? Ich weiß es nicht. Ich habe das für jeden bisher immer kostenlos gemacht, aber man muss sich mit so viel Mist rumärgern. Und solche Leute nehmen einen den Spaß daran, dass man am liebsten gar nichts mehr macht oder in den Gedanken kommt, pass auf, mach doch ein Geschäft draus, ne? Dann sag halt, wenn jemand einen Pogestop will, 5 Euro pro Stopp, fertig. Guck mal, ich bin von 20 auf 15, habe die 10 übersprungen und bin schon bei 5. Ich glaube, bevor Leute dann bei Ebay was kaufen für 20, 26 Euro, wenn sich rumspricht, der, der Fettsack mit dem Bart im Internet, der mit den schlechten Augen, der macht das für 5 Euro. Dann ist das Geschäft bei Ebay erstmal kaputt, weil dann alle bei mir angeschissen kommen. Ich verdiene mir hier, äh, verdiene mir eine goldene Nase, weil ich dann einfach pro Pogestop Geld verdiene. Der letzte schon, 6 Pogestops, wären 30 Euro. Guck dir das an. Stimmt das überhaupt? Ja. Ach, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Aber solche ekelhaften Menschen, wie dieser Stefan Black, Black, mit seinem dreckigen Fluch der Karibik Bild, weiß ich nicht. Die haben es eigentlich verdient, abgezogen zu werden. Wenn jemand wirklich so drauf ist und sich so tarnt als Gutmensch und dann, äh, ja, dann kannst du ruhig auch Geld von denjenigen nehmen. Überall. Yeah, du bist so toll, ich will das auch. Genau, freut euch doch alle, ein drittes. Oh, ein Monozyto. Sehr schön. 35 Minuten? Das bräuchte ich eigentlich. Das war's jetzt, glaube ich, aber erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu reinschreiben. Soll der Ramses weiterhin kostenlos für die Leute diesen Service anbieten, mit den Pogestops einreichen? Oder soll der Ramses auch mal an sich denken und sagen, ich reiche das ein? Ich reiche, meinetwegen reiche ich auch Sachen ein, die es nicht gibt. Dafür nehme ich aber Geld. Aber selbst für die normalen nehme ich Geld. Schon, wenn ihr wollt, dass ich euch zurückschreibe, nehme ich Geld. Pro Nachricht, die ich antworte, ein Euro. Genau, so können wir es auch machen. Das ist alles kein Problem. Oder soll ich meiner Linie treu bleiben? Soll ich sagen, ich reiche kostenlos ein? Aber eben nur Sachen, die wirklich existieren, um zu helfen und nicht, um das Spiel zu manipulieren. Oder was habt ihr für Ideen? Was kann ich machen, dass ich mich über sowas nicht ärgere? Und eigentlich nichts. Tabletten betäuben. Luft abschnüren. Tüte über den Kopf. Gut. Kennt ihr auch solche Leute? Seid ihr auch ein Stefan Bleck? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. The Peace out. The Forhout. Euer Ramses.